Sehr geehrte Zuschauer, ich möchte euch mitteilen, dass es auf diesem Kanal in der Form, wie ihr die Videos vorher gesehen habt, sie nicht mehr geben wird. Was bedeutet das? Nun, ganz einfach, auf diesem Kanal werden keine weiteren neuen Videos veröffentlicht. Alle Videos, die du auf diesem Kanal siehst, alle Übersetzungen von mir oder von anderen Referenten auf diesem Kanal werden weiterhin erhalten. Du kannst sie dir immer wieder anschauen, sie werden auch nicht aus dem Netz genommen, aber keine neuen weiteren Übersetzungen oder Inhalte werden auf diesem Kanal veröffentlicht. Der Hintergrund ist ganz einfach, ich persönlich habe mich in eine Richtung entwickelt, ich habe mich auf ein Gebiet spezialisiert, nämlich den Umgang mit dem Stress für Vielbeschäftigte. Also sprich, wenn du Unternehmer, Selbstständiger, Agenturinhaber bist, wenn du ein Praxisinhaber bist, hast du die Möglichkeit, in Zukunft auf mein wertvolles Wissen, was ich in den letzten 10 Jahren gesammelt habe, zurückzugreifen. Und auch meine neue Richtung in Zukunft auch auf meinem neuen YouTube-Kanal zu verfolgen. Den YouTube-Kanal werde ich hier unten einblenden und auch in der Videobeschreibung mit meinem Namen benannt, also Nikita Ahnt. Das heißt, wenn du einfach auf YouTube eingibst, Nikita Ahnt, wirst du auf meinen Kanal stoßen und meine wertvollen Inhalte zu dem Thema Umgang mit Stress verfolgen. Am Ende des Tages hast du zwei Möglichkeiten, mit diesem Kanal hier weiter zu interagieren. Die Möglichkeit eins, die du hast, ist, weiterhin Abonnent von diesem Kanal zu bleiben und weiterhin die Inhalte vielleicht dir nochmal neu anzuschauen, die schon jahrelang hier veröffentlicht sind, die vielen 100 Videos, die auf dem Kanal da sind. Es wird, wie gesagt, nichts runtergenommen, auch von meinen früheren Vorträgen. Du kannst es dir anschauen und, wenn du Bedarf verspürst, nach einem Jahr vielleicht wiederkehren. Die Möglichkeit zwei, die du hast, ist jetzt auf den neuen Kanal zu gehen. Also du gehst auf YouTube in das Suchfeld und gibst ein Nikita Ahnt. Dann wirst du auf meinen Kanal geleitet. Ich verlinke auch nochmal unten in der Beschreibung den direkten Link zu meinem Kanal. Es wird, wie gesagt, das Thema Stress behandelt. Wie gehst du besser mit Stress um? Wie löst du auch Konflikte innerhalb von zwei Minuten? Wie schaffst du es, dass du gar nicht mehr von Stress belastet werden kannst? Wenn dich diese Themen interessieren, dann abonniere meinen neuen Kanal und erhalte dreimal die Woche frische Updates zu diesem Thema, wie du mit Stress besser klarkommen kannst. Falls du jetzt schon das Bedürfnis verspürst, dich mit dem Thema Stress mehr auseinanderzusetzen, falls du aktuell in einer sehr stressigen Situation bist und du seist in dein eigener Job, deiner Selbstständigkeit oder du stehst in einer angespannten Situation in der Partnerschaft und du weißt einfach nicht, wie du sie lösen sollst, dann kannst du dich jetzt schon zu einem Erstgespräch bei mir eintragen. Du gehst dafür auf www.nikitaahnt.de und tragst dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Gemeinsam werden wir schauen, wie und ob ich dir weiterhelfen kann in deiner aktuellen Situation. Also zögere nicht, wenn du verspürst, ich habe sofort Handlungsdruck, sagst du dir und ich kann länger gar nicht mehr vernünftig schlafen, ich komme gar nicht mehr runter, dann geh jetzt auf www.nikitaahnt.de und trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Gemeinsam schauen wir uns an, ob und wie ich dir bei deinem konkreten Stressproblem weiterhelfen kann. Ansonsten bedanke ich mich für die vielen Jahre, wo du treuer Zuschauer von meinem Kanal warst und immer wieder fleißig kommentiert hast, Fragen gestellt hast und die Übersetzungen immer aktiv mitverfolgt hast. An der Stelle ein riesen Dankeschön an dich und wenn dich das Thema Stress anspricht, dann abonniere meinen neuen Kanal und ich freue mich auf dich, bei meinen neuen Videos begrüßen zu dürfen.